Hätt immer noch dieselbe Klamotte an, wo sie doch so von Kleidung begeistert war. Wie man sieht, 19 Uhr quetscht. Ich werde jetzt doch wieder versuchen, die Nacht durchzumachen. Ich hatte natürlich vergessen, dass die Nacht, ähm, ja, das Problem ist, dann hat Nuck zu. Dann kriege ich meinen ganzen Krempel nicht verkauft. Dann muss ich mal gucken, was ich mache. Claudi, junges Ding. Hallo Claudi. Ich habe Utgard verlassen. Das heißt, wir sehen uns nicht mehr so oft. Ich werde dich nie vergessen und, äh, da war da noch was. Niki aus Midgard. Hm, hm? Hm, hm? Den Niki ist fort. Ein Modelleisenbahn. Ne, die nervt. Die macht immer husch 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 husch. Das ist sehr, sehr lästig. Obwohl, man kann es ja ausschalten im eigenen Gebäude, ne? Ich habe ja auch den Fernseher ausgeschalten. Der war ja auch nervig. Ja, ich kann ja dann versuchen, ähm, das Ganze so zu spielen, dass ich vielleicht um 22 Uhr macht den Nuck zu, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn es 22 Uhr ist, dann kriegen wir das schon ein bisschen gestreckt. Ein bisschen gedehnt, ein bisschen gezogen. 20 Uhr wäre jetzt ein Problem. Das wäre ein bisschen sehr früh. 22 Uhr, einwandfrei. Dann kann ich ja mal versuchen, das so drei Tage lang, um halt nachts zu spielen oder so. Das wäre dann gar nicht so schlimm. Dann machen wir dann halt einmal so, äh, wenn ich es merken sollte halt, ne? Dass es schon 22 Uhr ist. Das merke ich wahrscheinlich dann erst. Nur nicht mal, wenn ich die Zeit umstelle, umzugeben, Jupps. Sondern wahrscheinlich wirklich erst, wenn ich vor dem geschlossenen Laden stehe. Und dann würde ich, würde ich, würde ich, würde ich... Oh, aber den habe ich noch nicht, gell? Den habe ich noch nicht. Ich habe nur den normalen Zug. Normale Lok. Genau. Und dann würde ich einfach dann, äh, beim nächsten Mal, wenn ich dran denke, die Uhr auf Mitternacht stellen. Und dann einmal auf ganz, ganz, ganz früh, 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 früh morgens. Und dann wieder auf ganz normal morgens. Und mit ganz normal morgens meine ich jetzt nicht 6 Uhr, so bis es jetzt ist. So, dann, ähm, dann wann genug wieder aufmachen. So, halb neun will ich dann einstellen, weil wenn ich dann meine Runde in der Stadt gedreht habe... So, was war denn das? War das ein Holztisch? Ne, es war ein Kieferntisch. Ähm, wenn ich meine Runde gedreht habe... Dann ist ja meistens sowieso eine halbe Stunde rum. So, gucken wir mal. Schon wieder die Dussel, die Sinsiger-Tapete? Nein. Ich wollte ja eigentlich Holz. Holz. Aber ich weiß gar nicht, wie da die Tapete heißt. Das kriege ich wahrscheinlich eher dadurch raus, indem ich mal im Katalog nachschaue, auf welcher Position die ganzen Holzmöbel sind, nach welcher anderen Serie die kommen. Sag mal, da ist ja gar nichts bei mir. So, dann schlag mal bitte den Gandollen auf. So. Also zuerst kommt die Azur-Bank. Alles in blau. Dann kommt... Korb-Serie. Dann kommt der Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ah, sechs Stück ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, Azur war sogar mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ah, gut, eins mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Äh, gut, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Auch nur? Eins, zwei, drei, vier, fünf... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, okay. Also es ist tatsächlich sogar die Holz... Die Holz-Serie Die relativ am meisten vorhanden ist... Gut, es sind zwar nur 6, aber egal... Ähm... Also... Bestellen wir mal einen Holz-Serie... Ups... Was hab ich... Was hab... Ich weiß nicht, was ich vor meine... Meine Hütte geschmissen hab... Ich hab keine Ahnung, was ich vor die Hütte kann... Egal... Aber es ist halt doppelt... Das muss ich dann auch so schnell wie möglich aufstellen, damit ich mich auch relativ gut Ich weiß nicht, was noch fehlt... Hm... Hm... Wär wahrscheinlich intelligenter gewesen... Wenn ich tatsächlich geguckt hätte... Welche... Welche... Welche Tapeten eigentlich... Hm... Hm... Welche Tapeten ich vielleicht schon fertig hab... Weil... Die zu finden ist schwieriger als die Möbel... Die Möbel werden ja gleich ausgestellt... Ne... Also von daher... Hm... Das war vielleicht doch nicht so clever jetzt... Okay... Das ist die einzige Tapete die ich hab... Oh ne... Herzchentapete... Oh... Herzchentapete kommt vor Orient-Teppich... Das ist natürlich jetzt ungünstig... Äh... Orient-Tapete... Weil... Die Orient-Resa... Äh... Serie ist... Vor... Der Herzchenserie... Bei den Möbeln... Also... Die Art von... Die Art von... Äh... Von... Aneinanderreihung ist jetzt ein bisschen ungünstig... Aber mit ner Holzwand gibt's gut... Das ist schon... Die ist schon sehr schön... Hm... Holzboden... Sieht auch irgendwie nach was... Was ich schon hab... Hm... Hm... So... Birkenboden... Blablabla... Mondlandschaft... Schach... Muster... Schade... 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 Obwohl... Das könnte... Das könnte tatsächlich stimmen, ne? So vom Muster des Teppichs... Ich weiß nicht... Ben da raus... Ben da raus... Oh... Oh... Sehr viele Bestellungen... Okay... Das wär's dann... Hau... Hab ich jetzt... Irgendwo... Zwei Loser hab ich bekommen... Okay... Dann muss ich dann... Spätestens morgen... Muss ich dann noch... Zwei Items kaufen... Zwei Items kaufen... Gut... 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 Und auch Bärchen... Warte... Warte... Ist da ne Schaufel? Nein... So... Ähm... Es ist jetzt zwar nicht so dringend... Dass ich ähm... Fossilien finde... Das Problem ist aber... Ich muss äh... Also gut... Okay... Ich könnte eigentlich auch das Briefpapier einfach so vor die Tür schmeißen... Aber ich würde dann doch gerne jetzt das Briefpapier loswerden... Indem ich einfach die Briefe schreibe und dann halt nachlege... Guten Abend... Brrr... Ich hab dich heute Nachmittag nicht gesehen, oder? Hast du dich wegen des Regens schlafen gelegt? Brrr... Mir ist es egal, was für ein Wetter herrscht... Ich erwarte von dir, dass du kommst und mich besuchst... Basta... Kommen wir doch gleich mal zur Sache... Was kann ich für dich tun? Brrr... Ich hab Langeweile... Jetzt schüttet es aber wirklich... Es regnet Bindfäden... Ich hoffe, morgen klart es wieder auf... Brrr... Gräbst du nach Geroiden, wenn es morgen nicht mehr regnet? Ja, mir wurscht nach was ich grab... Ob das jetzt Geroid ist... Na ja gut, ich muss zugestehen... Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn es ein Geroid ist statt ein Fossil... Blub, Blub, Blub. Oh, das machst du? Ich wusste nicht, dass du auch welche sammelt. Brr... Sie sind so witzig... Nööööööööööööööööööööö... ...dann sind wir also hinter denselben Biestern her... Wer zuerst welche findet, hat gewonnen... Wir machen einen richtigen Wettbewerb draus. Brrr... Aber komm mir nicht in die Quere. Ich würde schon im Traum durch Strand denken. Kamil zur Götze. Jaaa! Was ist denn jetzt? Freue ich mich. Oh! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was finde ich? Einfach mal so aufs gerade wohl. Weiter gerinnt. Weiter gerinnt. Selbst im Dialekt würde es nicht Rinnen heißen. Renne. Weiter gerinnt. Also zumindest nicht bei meiner Kante. Ich weiß nicht, wie es da jetzt so oberhalb der Mosel aussieht. Da gibt es ja andere Einfärbungen in der Sprache. Kumpeline meinte ja, bei denen heißt sowas wie... Wemmetzweiler. Wemmetzweiler. Oder... im Grunde genommen. Aber nicht von einer Familie, sondern von mehreren. Sodass es eben nicht einfach nur ein, ja... Hof wäre. Und auf jeden Fall, dieses Weiler wird in ihrer Kante, wurde das ähm... Wie? Villa. Villa gesagt. Also anstatt Wemmetzweiler, Wemmetzvilla. Villa. Und bei uns ist es Vella. Bei uns in der Kante. Wir sind so, so... ein Ticken kurz vor Pfalz. Im Saarland. Also näher, sagen wir mal so. Weil man, wenn man gefragt wird als Saanländer, ja, in welcher Nähe ist denn das? Also dein Heimatort. Und wenn du dann sagst, in der Nähe von Saarbrücken. Ja, im Saarland ist alles in der Nähe von Saarbrücken. Wir sind nun mal sehr klein. Wir sind von der Fläche her sind wir so groß wie Berlin. Also mit allem Drum und Drum, was dazu gehört zu Berlin. Zu dem... Jo, Berlin halt, ne? Allerdings haben wir dreimal weniger... Ne, das stimmt nicht. Dreimal weniger stimmt nicht. Berlin hat dreimal mehr Einwohner als wir. Wenn ich sagen würde, wir haben dreimal weniger, dann wäre das eine andere Zahl. Als Berlin hat dreimal mehr Einwohner als wir. Also zumindest vor... Lass mich nicht lügen. Zehn Jahren habe ich diese Statistik äh, Statistisch... Statistik gesehen. Ob das heute natürlich noch so ist. Also ich meine, gut, mit der Fläche wird sich wohl kaum was geändert haben. Es sei denn, ich habe unbemerkt hier irgendwo Hochwasser, sodass Land unter ist im Saarland. Und ich, ne, also... Ne? Und der Wustanzi ist ja jetzt nicht so groß, ne? Den haben sie ja neu angelegt. In dieser Zeit, in diesen zehn Jahren. Allerdings war der ja vorher schon bestanden. Die haben den ja nun mal trockengelegt, um den ganzen Mist rauszuzerren, was die Leute alles so im Jahrzehnten rennen geschmissen haben. Die haben ja was, weiß ich, x Fahrräder da rausgeholt. Also das ist der Wahnsinn, was die Leute alles wegschmeißen. Weil sie zu strax sind, das einfach nur auf die Straße zu stellen. Weil früher waren die Fahrräder aus Stahl. Da hätte sich jeder, jeder, äh... Schrotthändler hätte sich die Finger danach gelegt. Heute ist das ja alles so verbunden. Also kein Sau mit was mit anfangen kann. Vor allen Dingen sind diese, diese Billigfahrräder aus irgendwelchen Supermärkten. Die sehen ja, die müssen ja nur angucken und dann fallen die auseinander. Also so Schnäppchen zum Mitnehmen. Wo du dir dann denkst, ach, ist das ja günstig genug und wunderst dich dann, dass das Ding, na, also... Andererseits, ich habe ja auch ein bisschen Anspruch an meinem Fahrrad. Also ich fahre ja damit durch den Wald. Also so richtig so holprig. Tadadada. Und dann muss das Ding auch halten. Also ich meine, Ich bin ja auch nicht die schlankeste. Früher noch weniger als heute. Und da muss das Ding schon ein bisschen was aushalten können. Hey, wie ist dein... Hey, wie ist dein Abend? Hast du vor, draußen ein bisschen Zeit zu verbringen? Äh, falls du es nicht bemerkt hast, es regt, denkst du nicht, du solltest dir mal über... es mal nochmal überlegen? Es wird dir so leid tun, wenn du dir eine garstige Erkältung einpackst. Egal, was gibt's. Wollt plaudern. Bei so einem wunderschönen altmodischen Feuerwerk komm ich so richtig in Sommerlaune. Ach ist es, erklärt, Numi findet am Abend ein Feuerwerk statt. Ich kann es kaum erwarten. Also, die sagen das so oft und ich werde mich ertappen, dass ich es doch verpasse. Hallöchen, du da, ich hab dich am Tag überhaupt nicht gesehen. Was du den ganzen Tag beschäftigt, oder was? Der Regen durchkreuzte einem wirklich alle Pläne, was? Egal, du willst doch sicher irgendwas, aber worum geht's? Ich hab lange wein. Jaudi, du kennst doch Grazia, oder? Die Modedesignerin. Sie hat Modetipps, aber sie ist so schroff und direkt und so eine Art, die ich überhaupt nicht. Solche Leute hasse ich einfach. Was ich trage, geht nur mich was an. Weil ich verflixt und eins, warum musste sie das sagen? Mein Hemd sieht überhaupt nicht aus wie ein altes Sofa. Oh. Oh. Halt sie dich, der Promirt. Komm, ich zeig dir mein doofes Kripsen, dann geht's dir wieder gut. Äh, worum geht's? Nein, frag lieber nicht. Ich möchte jetzt alleine sein. Also... Er hat gesagt, er möchte alleine sein. Ich werde mich bemühen, es zu akkriptieren. Auch wenn ich denke, dass je öfter ich ihn anquatsche, er sich dann doch vielleicht wieder einkriegt. Aber er hat gesagt, er möchte alleine sein. Hey, Suso, du bist es. Die Nacht ist gerade angebrochen, Baby. Echt schade, dass es regnet. Also dann, was würde ich her? Was ist denn so los? Ach, weißt du, ich fühle mich, dass das hätte ich wohl. Erst dachte ich, ich hätte was Falsches gegessen. Aber... Das ruhige Leben hier in Utgard passt mir nicht mehr, schätze ich. Was meinst du? Soll ich meine Sachen packen und umziehen? Vergiss es. Ach, wirklich? Es macht ja was aus. Hm, wenn das so ist, dann überlege ich es mir nochmal. Grübel, grübel, grübel. Hm. Hehe. Nee, 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 nee. Du bleibst, du bleibst. Sag mal. Sag mal. Jeder hängt hier rum, außer diejenigen, die hier wohnt. Hab ich sie alle verpasst? Hey, hier ist er. Ey, tatsächlich. Der Jens... Nee, nicht Jens. Doch, Jens kam gerade eben aus dem Haus und nachdem bin ich vorbeigewandt. Egal. Es regnet und regnet. Es ist genug, um ein Mädchen wie mich krank zu machen. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass deine Wolle ewig nicht trocknet. Äh, sprich mit mir. Ich kann sie zwar gut verbergen, aber ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit sehr einsam bin. Es kommt kein Besuch mehr aus anderen Städten. Ich war gerade gestern... Ne? Also, gerade gestern bin ich gereist. Was dazu führte, dass Niki weg ist. Was dazu führte, dass demnächst wieder jemand kommt. Also, träg dich ein. Tag ein, Tag aus, sehe ich immer nur dieselben Gesichter. Und gerade kann manchmal wirklich langweilig sein. In anderen Städten gibt es bestimmt die Post ab. Das Gras ist auch nicht grüner. Jeden Tag immer dasselbe. Das hält doch das geduldigste Tier nicht aus. Ich will einfach nur weg. Ich will raus. Aber, solange du dich nicht in den Zug setzt, kann ich hier nicht weg. Das ist nicht gerecht. Wie öde. Jetzt bringt es sie auf. So, apropos. Zwo, vier, sechs, acht. Ja, doch. Nee, was? Hä? Moment. 13? Wieso 13? Ey. Doch, ich habe mich nicht in die Frau verzählt. Zwo, vier, sechs, acht, neun, zehn. Zwöl... Doch, 15. Wie viel habe ich? Okay. Wer kam denn da jetzt bitte hinzu? Und zoomen? Hä? Bin ich zu doof zum Zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. 15 ist die maximale Anzahl. Mike, Adrian. Ach, ein Julian. Julian ist auch eine Katze, soweit ich mich erinnern kann. Der Julian. Okay, dann stimmt's wieder. Dann stimmt's wieder. Wer ist sonst keiner hier? Wir sind doch sonst nicht so zimperlich. Wer bist du? Und du bist die Katze. Mit der habe ich schon gesprochen. Die Nele, der Frosch fehlt mir. Die Woods. Und da ist er. Hallo, Claudi. Läuft dein Abend gut? Obwohl es regnet, reg ich mich sofort ab, wenn ich dein Gesicht sehe. Echt wahr, Glocken? Du bist so eine Art anti-regen-gute-Laune-Motivationsverkörperer-Personentyp. Einfach toll. Was ist los? Klaudern wir. Hast du schon von einer Fischart gehört, die Millionen von Jahre alt ist? Man hat mir erzählt, dass man diese Fische irgendwo hier im Ort fangen kann. Wusstest du das? Gewiss. Damit bist du mein schärfster Rival. Das ist nämlich ein sehr seltener Fisch. Ich gebe dir auch keine Tipps. Ich möchte ihn nämlich zuerst erwischen. Der hängt schon im Museum. Ich helfe dir erst dann wieder, wenn ich selbst angefangen habe. Locker. Warte mal, hier ist sogar Licht. Ach, die ist mal in ihrer Bude. Ist ja nett. Ach, das ist die mit der Wiese, ne? Mit der normalen Wiese und dem Pool. Hallo, Bruder. Klaudi, was hast du heute den ganzen Tag so gemacht? Es ist ja schon spät. Ich habe dich heute da draußen überhaupt nicht gesehen. Deshalb dachte ich, ich könnte dich morgen treffen. Also, Klaudi, was willst du? Es geht so. Klaudi, würdest du es dir gefallen, eine hübsche Palastkachel bei dir im Zimmer zu haben? Ich habe sie kürzlich in Toms Nadeln gefunden. Aber sie passt nicht zu meiner Tapete. Ja, das, äh, jo. Das wäre schräg. Obwohl, eine Ruine, ein, 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 äh, ruinöser Palast, ne? Der so ewig und drei Tage verweist ist. Wenn da so eine, so eine Wiese drin wäre. Ja, auch hübsch. Das war bei Zelda so. Bei dem, ähm, bei der, na gut, Kirsche ist es ja nicht wirklich, ne? Ich weiß gar nicht, wie das Gebäude heißt. Das, das Gebäude, das ist das Erste, äh, was man erreicht, wenn man Wild of, äh, Breath of the Wild spielt. Ich glaube aber, dass es sich gut in deinem Haus machen würde. Möchtest du dir gegen deinen Kieferntisch tauschen? Kiefer... Ja, gut, okay. Oh, das ist großartig. Es ist mir allerdings äußerst schwer geworden, an einen Kieferntisch heranzukommen. Ja, bitte. Na gut, hier ist meine Klastkachel für dich. Schnorien. Ich weiß ganz genau, dass sie zu deinem Stil passt. So herzensgut, so herzensgut. Je nach, je nach Stimmlage hast du sofort ein ganz anderes Gefühl für die Leute. So wie dieses niedliche Schaf von Ruth, die weiß die wandern. Guten Abend, Claudi. Die Sonne ist untergegangen. Was? Ich denke, es wird Zeit, heimzugehen, Baby. Äh, okay. Also, was willst du? Was gibt's? Hey Claudi, hast du in letzter Zeit ein gutes Handbuch gelesen? Äh, Handbuch? Oh Gott, Handbuch? Nee, wenn, dann gucke ich mir YouTube-Clips an. Zur Erklärung von irgendwelchen Dingen. Und, und dann kann man nämlich ganz langsam zurückspulen, nochmal langsam gucken, nochmal zurückspulen, bis ich's gerafft hab. Also, nö. Das ist nicht gut, Claudi. Du musst zwischendurch mal ein Handbuch lesen, oder du bleibst geistig zurück. Das ist ein Argument. Ist ein Argument. Ich wüsste jetzt nur nicht, über was ich ein Handbuch lesen soll. So, wen haben wir denn jetzt noch nicht abgehakt? Konrad haben wir, Larissa... Oh, der Keks. Der Keks haben wir noch nicht. Äh, das hier ist Neles Haus. Denk ich. Warte mal. Äh, hier schon ein Stück... Ah, hier. Hier wo der Keks, glaub ich. Nee, das ist jetzt doch Larissa, oder? Ähm. Nee? Keks. Oh, hört sich Musik an, Hello? Du bist aber ziemlich cool. Du rennst immer kreisend mitten in deinem Zimmer. Kann das sein? Und versuchst, deinen Schwanz zu fangen. Hey, Claudi. Sieht aus, als ob jemand das Design meines Hauses ausspielen mir möchte. Äh. Jawohl, ich glaub, die Uhr würde tatsächlich zu deinem Holzthema passen. Ich glaub, die hab ich nicht gekauft. Guck, kostet nichts. Ist mir total egal. Mach mal im Stil nach, wenn es dir passt. Buh. Gut, was gibt's? Buh. Blaudern wir? Äh, Claudi. Du kannst dich einfach irgendwo wandeln. Zumindest nicht, wenn du etwas fangen möchtest. Versuche, diese dunklen Schatten zu finden, die sich durchs Wasser schlägt. Buh. Jeder kann dir bestätigen, dass es sich bei diesen Schatten wirklich Fische handelt. Buh. Wenn du einen entdeckt hast, dann wirft dein Schwimmer genau über ihm ins Wasser ab. Es ist nicht so, dass die Fische von allein zu dir kommen. Du musst sie suchen, sonst wirst du nichts fangen. Das ist nicht so wie im Schlager. Dann check. Also der ist so ein Pupsoid und der andere ist so ein Hund, der sich streckt. So, so, so Streckreck kurz. Ähm. Badam, 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 badam. Okay, dann muss ich noch die da oben abpacken. Und ich bin schon wieder an Roland vorbeigerannt. Ey, sage mal. Dass ich den immer ignoriere, obwohl ich den mag. Ich weiß gar nicht. Das ist halt, ne, die erste Nase, die man sieht, wenn man aus dem Haus fällt. Und dann irgendwie, ne, also, ich renne immer erst zu Nuck, um meinen Krempel zu verkaufen. Also das Geld zieht irgendwie sehr stark hier. Obwohl ich genug auf dem Konto habe. Furchtbar. Einfach furchtbar. Das ist mein wahrer Charakter, weißt du? Mein wahrer dunkler Charakter. No, und tschüss. Der Niki ist weggezogen. Die olle Schnarschkapp. So, mal her. Hallo, mein Cousin. Hey, wie läuft der Abend so? Ich hab mich gefragt. So. Radio ist an. Mal kurz ausmachen. Jetzt, jetzt müsste ich aufstehen. 6 Uhr 35. Hey, wie läuft der Abend so? Ich hab mich gefragt. Hast du gute Freunde gefunden? Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ich meine, es ist toll, nicht wahr? Lieber Freunde in der Nähe als Familie in der Pferde. Obwohl die Familie auch gut ist. Und weit entfernte wohnende Freunde sind ebenfalls ziemlich wichtig. Ich, ähm, egal. Du willst doch sicher irgendwas. Also, worum geht's? Unterhalte mich. Wahnsinn. Sieh ich mich mal einheitlich und deine Palastkarre an. Oh, das ist so genial. Oh, das ist so geil. Claudi, ich bin pleite und ich hab nichts, was ich dir im Gegenzug anbieten könnte. Aber bitte, du musst sie mir geben. Was meinst du? Sicher. Du bist spitze. Claudi. Ich hab noch nie eine so coole Person wie dich kennengelernt. Hier, nimm das hier. Du hast doch gerade eben gesagt, du kannst nichts tauschen. Es ist eine Handelbank. Ich hab total gelungen, als ich sagte, ich hätte nichts zum Tauschen. Ah, okay. Ich hab dich nur auf die Probe gestellt. Ich wollte sehen, ob nun unsere Freundschaft echt ist. Und es ist sie, Claudi. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Ja, äh, ne? Also, ich bin ja schon, äh, ne? Also, Vögelchen haben ja doch einen Stein bei mir im Brett, ne? Ach, es ist ja Claudi. Hast du den ganzen Tag geschlafen verbracht? Tja, olé. Tja, du hast nicht viel verpasst. Ich dachte, es würde bis zur Nacht aufhören zu regnen. Von wegen. Ja, also, was willst du? Tirelli? Ich hab Lagewelle. Mir reicht's. Nie lerne ich neue Leute. Du und die anderen. Ihr seid zwar nett, aber diese Stadt wird langsam langweilig und alt. Entweder ich muss hier raus, oder es kommen endlich mal neue Leute. Tirelli? Da ist doch gerade einer neu eingezogen. Was hast du denn? Oh, nee. Achso, nee. Was hast du denn? Äh. Hier. Hier ist ein neuer eingezogen. Da guckst du. Julian. Genau. Beispiel könnte Deo anquatschen. Hey, so, so. Gibt es das? Die Nacht ist gerade erst angebrochen, Baby. Nicht schade, dass es regnet. Ja, also, was willst du? Es geht so. Ich möchte ein paar Sachen loswerfen, die ich nicht mehr brauche. Nun, was meinst du? Willst du diese Naomi-Figur haben? Joa. Nimm ich. Oh, du nimmst es? Aber natürlich. Hier hast du es. Wenn ich beim nächsten Mal die Spendierhosen anhabe, bekommst du noch mehr. Spendierhosen? Das sind die mit den weiten Taschen, ne? Was haben wir denn da? Ein Musa-Ika. Warum sind hier so viele? Habe ich da gestern vergessen zu gucken? Funkel-Outfit. Ah, okay. Ja, das ist hübsch. Das gefällt mir. So ungefähr habe ich das gemeint. Von wegen ein weißes T-Shirt und dann Regenbogen. So ein Streifen von Schulter runter über die Brust halt bis zum Ende des T-Shirts. Sowas würde mir gefallen. Der Rest ist weiß. Das ist da nicht so aufgeregt. Weil weiß ist ja auch keine Farbe. Es ist ja im Grunde genommen ein Grundton. Genauso wie schwarz. Nur schwarz war nicht net so. Weiß gefällt mir da besser. Und ich hatte immer weiße Katzen. Von daher war schwarze wieso immer eine blöde Idee. Ne, das stimmt nicht. Wir hatten schwarz-weiße Katzen und eine schwarze Katze. Aber die hat nicht geharrt. Das war das Gute daran. Hey, wer bist denn du? Kenn ich dich? Ich kenn dich nicht. Oder doch? Nee, ich kenn dich nicht. Aber du siehst harmlos aus. Darum sollte ich mich wohl besser vorstellen. Äh, ja. Sehr angenehm. Ich heiße Julian. Und du bist... Claudi? Äh, richtig. Sehr ange... Äh, oh. Sagte ich bereits, hm? Äh, wie dumm von mir. Bist du klug genug für zwei? Was? Och Gottchen. Hey, wie geht's dir heute Abend so? Hm? Gut. Was gibt's? Und halte mich. Ich liebe das Geräusch von Regen. Oh ja. Schön. Wie bei mir. Und du auch, Claudi? Wir haben einen sehr reifen Geschmack. Hm? Ach, guck mal da. Zwei Tische nebeneinander. Zwei Stühle. Wie war das? Intelligenz für zwei. Sollte ich für die Ash den Stuhl extra so weit vom Tisch stellen? Vielleicht wollen die, dass der Stuhl gar nicht so nah am Tisch steht. Keine Ahnung. Hm. Hm. Okay, ich sollte... Ich sollte dann doch vielleicht... Wann mal. Habe ich was zum Verkauf... Oh je, du meinst jetzt mal verkaufen. Ah, warte, 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 warte. Zuerst mal los. Abschmeißen. So, einmal Briefpapier abschmeißen. Oh je, habe ich ja schon wieder neu dazu bekommen. Ähm. Dann schmeiß ich das da auch ab. Ich werde nur zwei... ...neu machen für morgen, weil ich brauche morgen Platz. Ich brauche morgen definitiv Platz, um die ganze Post einzusacken. Ähm. Das ist der Triumphbogen, oder? Ja, okay. Dann habe ich doch recht gehabt, das zu verkaufen. Na gut, zwei nebeneinander wäre auch ganz hübsch gewesen. Ich meine, so ein bisschen Symmetrie, ne? Symmetrie ist ja schon was Schickes, ehrlich gesagt. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Wenn es zu viel ist, dann ist es mir dann auch... Ich finde es dann einengend, ne? Wenn es zu viel ist. Es muss schon ausgeglichen sein. Ja, schon. Aber es muss dann nicht dasselbe Objekt sein, um es auszugleichen, das Auge. So, Hantel, Naomi-Figur. Gut, das kann man alles verscheuern. Obwohl, warte, 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 warte. Komm, man, nur zurück, komm, man, nur zurück, zurück, zurück. Und zwar kann ich Zeugs verkaufen. Das mache ich... Ja, genau, der Stuhl steht falsch. Äh. Also eigentlich steht er falsch, aber er hat... ...genauso viele Punkte gebracht wie vorher. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil ich hatte den vorher hier stehen, gelb-grün, ist ja hier, diese Ecke. Aber es hat dieselben Punkte gebracht. Das verstehe ich jetzt ehrlich nicht. Also... Also... Keine Ahnung. Also jetzt würde ich mal alles hier rausschmeißen. Gut, die Bonsais würde ich lassen. Weil da sind welche dabei, die haben zwei verschiedene Farben. Einfach mal lassen. So... So... Jut. Jut, dann will ich jetzt mal verkaufen und dann hole ich den Rest. Dann habe ich für morgen vielleicht ein bisschen Luft hier. In der Liste waren nämlich die Bonsais, auch nicht alle zusammen, sondern es sind, glaube ich, zwei verschiedene Gruppen. Es werden halt zwei verschiedene Gruppen gezählt. So richtig... Und es mir würden auch fehlen. Wo ich mir relativ sicher bin, das sind die Trommeln und die Streichinstrumente, die zusammengehören, dass es eine Serie ist. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich das mit den Möbeln zu dieser speziellen Rollserie. Wie gezappelt. So. Äh, okay. Klanze weg. Klanze weg. Klo weg. Klo weg. Klanze weg. So, pflanze weg. Nini, Bromelia lass ich... Obwohl, den da kann ich weg tun. Den da kann ich weg tun. Und den da weg. Gut. Okay. Ich muss mal hier den ganzen Kram wegholen. Eins da hinschmeißen. Ich muss mal hier in fünfmalen. Oh, das ist nicht so. Haben wir noch was? Ah ja, da hinten ist das Bett. Und den Stuhl. So, wunderbar. Gut, 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 gut. Alles klar. Die ganzen Bonsais habe ich gelassen. Da kann es dann sein. Weil da gibt es eine Kombination, das sind drei Stück. Aber da ist ein Moko oder so ähnlich Bonsai dabei. Den habe ich glaube ich nicht. Der sagt mir nichts. Das wäre eine Dreierkombination. Das andere ist glaube ich sogar sind mehr. Und das ist halt was, was man auf einen Tisch stellen kann, so ein Bonsai. Das ist dann ganz praktisch. Wunderbar. Jetzt können wir nicht noch die Post einwerfen. Ich stehe ihm. Da bin ich nicht. Das ist doch alles okay. Das ist doch ein Bonsai. Das ist doch toll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir gehen nicht. Wir gehen nicht. Nun, wir waren auf den Hals. hier sind wir viel mehr als gebraucht hier ist auch alles voll hier war es, genau und Keksi sehr, Fertsch ich dachte, da wäre noch ein Fossilfleck Södele wunderbar Ding 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 Zweite Speicher Tschüssi